jetzt 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 geht's oh mein gott herzlich willkommen zur ESL Thinkfast Razor League Gruppens ersten Gruppenphase in der Gruppe B dieses Mal zwischen Gods und Zero Plus 4 endlich nach was haben wir jetzt eineinhalb Stunden fast Verspätung dadurch dass Wolf mal wieder die Server dann genommen hat oh man hat ewig gedauert und sehr sehr frustrierend man 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 schon fast ein Bottage Game fertig bekommen in der Zeit aber ne ja wir sind endlich hier und wir können ein bisschen Dota sehen was mich sehr 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 freut endlich irgendwas passiert wir hatten nebenbei auch schon irgendwie Navi gegen das Navi gegen Secret nein äh Dinge die ausgefallen sind einfach weil die Server down genommen wurden danke aber gut Brewmaster Centaur Bann interessant und auch wieder haben wir einen Liken Bann also ein bisschen back to the roots und kein Liken aber Tarou Blade ist noch drin Uga Magi von Zero Plus 4 gepickt und dann Void Lich von Gods dagegen geworfen und Zero Plus 4 nimmt sich die Spectre schon mal für den Late Game raus das Late Game Artikel schwer ja Julio wenn wir den Void Event also wir werden den wahrscheinlich auf der Offlane sehen aber wenn nicht haben wir schon unsere Carries drin und unsere Core Supports ich rechne mir mal sehr stark mit einem Scary Mage Band von Zero Plus 4 denn Gods könnten durchaus gebrauchen im Void tja so sieht es in dem Sinne aus außerdem wenn ich zu laut bin wenn ich zu leise bin anschreiben und meckern natürlich so teiternder Bann von Gods natürlich Zero Plus 4 fehlt halt ein bisschen die 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 Titel den Teamfight oder Magi Single Target Spectre ist schon Teamfight aber braucht halt irgendwie 25 Minuten dafür und da brauchen sie jetzt auch was Early Game Gods können halt fighten sobald die Krone online ist und natürlich kackt das Stream jetzt ab warum nicht warum auch nicht mal schauen ob er gleich wieder ankommt Probleme Jakiro und Ancient Apparition hier gebannt und direkt der Witch Doctor Pick vom Ganzen auch sehr schön Witch Doctor Lich sehr viele Kombos in die Krone dementsprechend habe ich so das dumpfe Gefühl dass es hier ein Core vorerstes wird denn wenn ja offline weiß ich nicht wenn sie sowieso statt mit der Krono spielen würde ich tatsächlich ein agonistische Fächer Void bevorzugen hier einfach weil sie ohne die Krono jetzt nicht mehr feiten können so ungefähr beide Supports reliant sehr stark an die Krono haben halt sonst kaum Killing Potential klar Witch Doctor kann gute Solo Kids mit der Kask und seinem Ulti machen aber ist halt auch schwierig das ganze so konsistent durchzuziehen ja auf der anderen Seite 7 plus 4 haben wir jetzt auch ein paar Möglichkeiten der Skyrath Mage ist immer noch drin was überraschend ist für so einen starken Support aber gut ich bin mal gespannt was da noch so kommt ja tja tja lassen sich auf jeden Fall sehr sehr viel Zeit sind irgendwie disconnected disconnected reconnected ich hab mal rausgeflogen wäre das blöd aber lassen sich Zeit und eine Venge für Spirit tatsächlich ok also hier wollen Leute aus der Krono befreit werden kann ich verstehen und sehr sehr viel scary Single Target Spill Single Target Stunts Single Target Damage auf jeden Fall wesentlich mehr Roam als Gods haben wir ja Zero Plus 4 hat wahrscheinlich erkannt dass sie ganz viel also relativ großen Impact haben können wenn ihre Supports roamen denn Gods Supports werden nicht wirklich roamen das heißt starke Roamer die anderen Lanes abfucken und wahrscheinlich hier selber starke Lanes picken und versuchen das Ding in der Laning Stage und sowas rauszuziehen dass auch die paar Kronos die kommen werden und wahrscheinlich nicht das ganze Team treffen werden dann nicht so viel Impact haben werden das ist wahrscheinlich erstmal der Plan von Zero Plus 4 ok gods müssen halt jetzt möglichst gank resistente Lanes picken und halt auch was was halt fighten kann irgendwas was da reinpasst und was doch fighten kann das ist ein Pugna Pugna wird wahrscheinlich nicht für Push gepickt dementsprechend naja Nether Blast und so bin mir nicht ganz sicher Spectre Hornet rein und bisher fallen 3 von 5 Helden schon um nur deshalb der Nether Ward bringt erstmal gegen die beiden Supports nichts von Zero Plus 4 hm bin ich sicher mit den Pugna pick bin ich gespannt was die mit dem anfangen wollen und ja gegen Timbersaw ist tatsächlich der Pugna Ward relativ gut ich bin noch nicht ganz sicher warum den Timbersaw wären durchaus andere Möglichkeiten noch da gewesen aber es ist auf jeden Fall wieder ein Laneser der alleine sehr gut klarkommt und durchaus Kills holen kann mit Supports eingesetzt von daher aus der Hinsicht schon ja ziemlich gut ziemlich gut naja gedacht die Frage ist halt wie es im Alldown Teamfight sein wird wir müssen noch ein paar von den Supports auseinander aber ja in der Krone hat er vielleicht auch ein Problem aber klar das hat jeder nachher eine Landing State vielleicht ein relativ guter Pick ansonsten muss man sehen ob er Snowballen kann oder nicht tja der letzte Band von Gods 4 plus 4 brauchen noch einen Mitlehrer und da kann man jetzt alles bennen eventuell wäre sogar hier eine PA drin für 0 plus 4 sie haben den Urgamedger zum buffen sie hat die Evasion noch in der Chrono wobei gegen Witch Doctority bringt es halt nicht so viel sie hat die viel Magical Damage von Gods von daher weiß ich nicht mit der PA ob das so sinnvoll ist ja irgendwie in Retrospect maybe not tja aber es gibt noch auch so so Dinge wie ein Razer genau stimmt auch noch etwas was ich vergessen habe ja 0 plus 4 0 muss jetzt Gods fehlt auch noch der Mitlehrer ja ich würde eigentlich sagen dass der Offliner noch fehlt also ich betrachte es für einen Fehler wenn sie ein bestes Wort auf die Offline stellen einfach nur weil der Void hat dann seine Krone hat und sonst nichts aber 0 plus 4 denken auch dass es auf die Offline kommt kann sein wenn wir sehen ich habe so das Gefühl dass es ein Offline Void wird aber naja kann ja auch funktionieren wenn nur die Frage wie viel auf der Offline bekommt klar wenn er in die Spectre alleine wenn die Supports roben wäre das tatsächlich gar nicht so ein schlechte schlechtes Laning und vielleicht auch dadurch dass er die Supports forced halt einfach an ihm ranzubleiben dann könnten sie es hier mit einem fetten Carry wie der Medusa machen und sie auch tatsächlich ein Clings der auch auf die Offline sein gehen könnte die Frage ob sie es tun wollen ich glaube Clings poppt zu schnell gegen die Supports von daher ist es eine schlechte Idee auf die Offline zu stellen ja außerdem kann Clings die Offline gegen Timmerzorg glaube ich alleine gewinnen äh die 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 Safe Lane von daher Clings Safe Lane versus Void Offline wäre hier vielleicht sogar tatsächlich die bessere Idee denn wir haben genug Damage für Indicron und das Problem ist halt nur dass sie dann sehr sehr selten eine Kronung haben Safe Lane Void würde zumindest mit Agas ja doch frühere und schnellere und öftere Kronos haben damit öfter fighten können für Gods und öfters fighten ist halt irgendwie der Keypunkt gegen den Spectre aber Necro Timmerzorg ist dann doch jetzt schon ein bisschen scary und schwierig da einfach zu fighten weil das ist ja Timmerzorg, Necro da können durchaus ein paar Teamfights passieren ja ja klar Laning könnte interessant werden Necro Mitte ja aber ansonsten sie plus 4 haben sehr sehr starke Lanes und Gods hat keinen Ganker in Lineup von daher glaube ich nicht dass am Anfang was viel passieren wird außer jeweils für die Offlaner ja das ist so der Punkt aber ich lasse mich gerne überraschen wer hätte es gedacht nicht gelandet na gut auf der Seite von Gods haben wir Machina Poco Machina der wohl in die Mitte geht mit dem Pugner E.T. na mal schauen sieht aus als ob sie aggro gehen würden Gorgudi und Ibik gehen schon auf die Aggressive Try Lane und nehmen den Void mit der gespielt wird von McLovin zu guter letzt E.T. auf der Safe Lane links und Smoke in die Mitte 0 plus 4 gleich kurz ok ja 0 plus 4 smokeen direkt mit allemal in die Mitte äh nach oben werden dort aber erstmal keinen finden nämlich Zero auf dem Timbersaw der Schrag auf Mugga Magi Team G auf der Venture Spidey auf dem Specter und zugeletzt Osiris Soar auf dem Necrophos Fullspot geblockt von daher scheint es hier nach einem einfachen Invade auszusehen aber finden hier tatsächlich ein Clings und könnten auch hier direkt bleiben es könnte richtig übel sein wenn er da hochkommt andererseits wenn dieser Train da runterkommt ja sollte er da schnell abhauen hat das gesamte Gegner die Team gespielt gescoutet und sollte vielleicht nicht hier bleiben aber keine Worts keine Sentry Worts gegen den Clings das ist interessant ja die Uruna hätte er nicht bekommen wenn er da geklickt hätte wäre er tot na gut aber es könnte könnte eigentlich nicht besser laufen von Clings jetzt die Solo-Lane hat der Sub-Server-Wort ist benutzt worden um das Camp zu blocken was er nicht braucht und C++4 braucht einige Zeit um auf die Lane zu kommen haben nicht geblockt die erste Wave geht komplett uncontested an den Rest an Godseer nachher kein guter Start für C++4 die halt hier nichts gefunden hatten und nicht wirklich rechtzeitig zurück kamen und nicht wirklich rechtzeitig zurück kamen da müssen wir sehen müssen wir sehen ja unten Necro und Ogre sollten erstmal okay sein aber gegen die Trailline muss man halt gucken wie weiter sich was was verändert gucken wir in der Mitte gegen auch die die Vengeful Spirit die dort bleibt so den Harris und ein bisschen Harris bekommt ja so viel dazu und anscheinend swappen sie jetzt komplett rum sehen hier ok Timasaur bekommt was aber Gott bekommen halt mehr von oben farmen mittelfarm und bottom farm auch der Kloven hat ja auch eine gute Zeit von daher wird hier wohl rotated Nico kommt hoch Timasaur wird gleich wahrscheinlich da unten tippen aber ja wie gotts haben wir es halt auch gesehen und rotieren schon mit den ganzen Leuten gesmogt herum könnten eventuell in der Rune warten ob da ja ob die Spectre auf die Rune will Haste Rune ist gespawnt mal schauen Venture Spirit steht da halt müssen sich vielleicht hier einfach im Wald verstecken das wäre sinnvoller eBIG steht hier ein bisschen exposed aber jetzt wird hier tatsächlich ein Go gemacht und Gotts rotieren zurück Pugner ist schon tot aber einiges in Damage gemacht die Kask könnte richtig schön bouncen kriegen hier den Timasaur als Return Kill und versuchen mehr zu bekommen aber es sieht nicht danach aus ganz knapp die Venture Spirit kommt noch weg aber immerhin Return Kill Mitte für Offlane geht so aber der Pugner ist auch direkt wieder da beim Timasaur dauert das ein bisschen schön exchanged auch sieht man hier den Damage den Gotts gemacht hat und wirklich alle low gebracht aber es hat nicht ganz gereicht der Bottleman jawohl Void gegen Timasaur wird schwierig für den Void tatsächlich da müssen hier ein paar Supports auf jeden Fall noch runter kommen allerdings wird erstmal auch okay sein solange da nicht noch mehr aufschlagen also wenn eventuell das Bild noch bleibt so jetzt kommt der nächste Gank hier unten Ace Throne of Lich der sich jetzt hier doch beeilen muss um irgendwo hinzukommen bittet Boss Plus ist gleich ready muss Vision bekommen so ein bisschen zu juken und kann sich sogar hochbotteln und das überlebt er tatsächlich kommt hier weg die Frage ist jetzt die Heseruners vorbei das könnte problematisch werden ja Slow kommt hier und da kommt auch ein Signal richtig fetter Slow aber wenn ich das Bild will nicht weiter vorne gehen das war bitter schön gejukt hier von der Spectre der ist nicht ganz dran außerdem der Image war auch nicht so berauschend von dem Level 1 Frost Pass hätte aber eventuell früher machen können um den Slow auszunutzen dass er halt nicht so wirklich juken könnte aber ich glaube der hätte den Kehl auch nicht bekommen aber schön zurückgetragen sehr sehr lange Chase Time wo Spectre nichts bekommen konnte und ja wir sehen halt auch dass die Gods wesentlich mehr Farm rausbekommen die Top 3 Cores sind ganz oben im Farm Spectre könnte hier ne nein holt sich die Double Damage Rune Wedge für Spirit sieht er dass Spidey da nicht rechtzeitig hinkommt was mit dem Desolating äh Dispersioning Kill geholt na gut ja Spectre holt ein bisschen auf doch aber man sieht dadurch dass er halt doch es war relativ viel Action in der Mitte und dass er dann doch mit den Lastwitz so weiter sein kann spricht doch eher für ihn gibt ja einiges dann Damage vom Pugner der das auch wahrscheinlich noch durchziehen wird aber halt auch kein Mana mehr jetzt hat übrigens an der anderen Seite wird jetzt hier ein bisschen naja sie können ihn eigentlich nicht vom Lastwitz abhalten dadurch dass er jetzt hier im Tower das ganze die ganze Geschichte macht er muss sehr defensiv sein aber meint halt dadurch nichts zu verlieren was sehr gut für den Klingst ist immer noch die Top 3 auf Gods Seite Spectre ist direkt dahinter aber ja Timasor kann aber jetzt auch unten aufholen muss man dazu sagen Frage ist halt ob der Void ihn irgendwann doch raushält wenn wir auch sehen müssen ob er hier auf einen auf den Midas geht oder nicht könnte er machen aber naja er könnte halt genau so gut auch früh im Mask of Madness gehen wie ihm auf der Lane tatsächlich auch auch gut halfen würde besonders wenn der Timasor so Low Mana ist und der da einfach mit dem Mask of Madness draufhauen könnte Pamlock ist auf 3 von daher einiges da außerdem ja muss halt gucken die Kronos auch bald bald ready ja Farm 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 doch relativ viel Action dort aber bisher 1 zu 1 nach 6 Minuten auch nicht zu viel gewesen Borts sind jetzt hier tatsächlich oben müssen wir gucken Cask Bounce einmal Frost Plus ist da Frage ist ob der Damage da reichen sieht sehr danach aus das Klingst der Damage hat auf jeden Fall hier Level 7 Klings Level 3 Searing Arrows Eventuell hat er sich da verklickt naja Puk findet hier den Specter ganz knapp und findet hier auch noch die Venture Spirit und Cotton hat da vergessen den Last Hits auszusetzen im A-Click glaube ich hätte den Kill bekommen weiß hier genau wo er ist aber naja ok weiß doch nicht genau wo er ist aber kann sich da nicht ranwirken wäre auch ein bisschen zu greedy die holt sich lieber die Rune unten die es mal Regeneration Rune ist Oh Luck Bolzen Oh Luck Bolzen hier unten hingegen haben sie tatsächlich Zero gefunden mit einer Krono und den Support Lich der tatsächlich nicht nötig gewesen wäre um eine Kill zu bekommen klautern hier doch irgendwie den ebenen Kill aber naja es scheint also es sieht mir relativ gut für Gods gerade aus ok 2 was passt hat also doch Sinn ergeben tut Gods sehr gut haben jetzt ja schon 10 Last Last jetzt vor dem Specter insgesamt sieht richtig schlecht aus Net Worth 3k vorne nicht so schlimm eben weil die Kills nicht da sind aber oh jetzt könnte das eine Kille geben aber Lieb ist da und einfach raus hat hier auch noch eine Salve bekommen ist damit voll ok und weiter geht die Zeit Net Worth steht guck mal will vielleicht verhindern dass er hier gegout wird Bats und kann hier richtig verhindern dass er gegout wird indem er einfach mal die Venge for Spirit poppt hier das ganze ein bisschen überschätzt hat woher kommt hier ran aber ist nicht der Worts steht ja ganz gut und auch selbst Pugner kann einiges und hier einiges dann Burst raus findet hier eine Double Damage Runde was eventuell eine weitere Kill sein könnte Klunk und Witchdok die Bounty Runde dann top 4 zu 1 einiges ein Vorteil Mal schauen würden jetzt gerne die Specter haben sonst mit der DD Runde halt auf den Pugner aber ich glaube das wird erstmal nicht passieren haben die DD Runde gesehen ja genau benutzt um zu fahren ist da hier auch sinnvoller gerade der Bottom Lane Timmerstorm bekommt ein bisschen was kann sich aber jetzt so langsam nicht mehr dagegen durchsetzen Mask of Madness ist es tatsächlich das Void holt hat sich für Power Treads und die Mask of Death entschieden für das Geld hat er knapp 2000 Gold gehabt hätte Mask of Madness gehen können aber Power Treads war ihm da wichtiger Pause von Zero war doch einige Probleme abgesehen vom strategischen her Tja itemweise immer so hat die Mana Boots ja Necro ist auf dem Weg zum Mekka braucht aber noch ein bisschen was dahin Pugner naja also der Rest Spektr hat halt versucht aufs Radiance zu gehen aber 700 Gold das sieht nicht so dolle erstmal aus kurz auf der anderen Seite der 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 und Portraits. Fneiser auf dem selben Niveau wie der Void. Witch, Doktor und Lich kommen nicht so aus. Und ja, Pugna, Mana Boots. Vielleicht nicht. Wird wahrscheinlich auf Aghanims First gehen. Ich weiß nicht, was man da gerade tut. Wahrscheinlich direkt des Aghanims. Wenn er hier nicht das Mag baut. Was ich dann doch eigentlich als Item für ihn in Betracht ziehen würde. Und zuletzt der Void, wie gesagt. Mask of Madness, Portraits. Wenn Pugna hier auf Mag geht, wird er relativ schwierig tötbar sein. Einfach weil sie haben zwei Stunts. Drei, wenn man die Reaper-Side in Betracht zieht. Aber ich weiß nicht, ob das halt vollkommen ausreichen wird. Besonders, wenn er unter seinem Woid steht und auch noch seinen Lifetrain hat. Von daher könnte es relativ schwierig werden, hier den Pugna unter Kontrolle zu bekommen. Der doch mit 1-1-1 und 51 Last Hits, was das meiste ist von allen Leuten hier. dann doch Out of Control Spiralieren könnte. Spiralieren im Deutschen? Spiral Out of Control und außer Kontrolle... Nee, geraten ist auf Deutsch. Okay, es gibt kein Spiralieren. So lange, bis es einer findet, Haar Spiralieren. Erster. Tja. Sieht schlecht für Zero Plus 4 aus, aber erstens ist nur das erste Game und zweitens haben wir auch noch nicht mal 10 Minuten gespielt. Allerdings für 10 Minuten sind wir schon mal 5k Gold. Es ist halt auch einiges. Darf man nicht vergessen. Ich habe also das Gefühl, dass jetzt der 1 auf der Bottom Lane fallen wird. Und ich glaube nicht, dass Zero Plus 4 überhaupt sich gegen diese Tower-Kids wehren kann. Wenn die Scouts richtig machen und hier relativ schnell durch die Queer-Felves durchgehen, dann könnte das relativ schnell dazu führen, dass Zero Plus 4 bald keine Tower mehr haben. Und ich wüsste nicht, was Zero Plus 4 dagegen tun kann. Immer sogar das müssen aufhalten, aber an sich ist es halt die Nether Blasts, die dann dafür sorgen, dass die Tower schnell fallen. Und da hilft auch ein Chakram nicht. Was allerdings hilft, ist ein bisschen traden oder versuchen, da was zu tun. Allerdings sollten sie aufpassen, denn ja, Woid hat kein TP. Soll ich jetzt holen und dann in die Mitte TP. Das ist da und komplett Zero Plus 4 muss ich zurückziehen. Haben allerdings ein Oga-Invis. Und noch ist der Woid nicht da. Hat aber ein TP. Wenn es werden gegaut und direkt poppt hier der Pugner. Woid TP jetzt rein, wird er wahrscheinlich zu spät kommen. Also, ja, zu spät für irgendwas. Natürlich zu spät, um den Kill zu verhindern, aber halt auch so schön gemacht in der Invis-Rune. Hatten Gotts hier keine Chance. Und für Pugner ein richtig wichtiger Kill. ist jetzt 1-2 nur noch. Und es ist halt auch das, was sie gerade hier am Pushen hält. Von daher, wenn Pugner wiederkommt, sollten sie mit der Top-Lane-Werte machen. Mit ein bisschen rauspushen und dann Top-Lane weitermachen. Aber auch noch einen wirklichen Damage dementsprechend können sie durchaus hier traden und dann zurück-TPen. Wenn, dann sollten sie aber wirklich alle TPen. Der Kill eben wäre nicht passiert, wenn Pugner da nicht alleine wäre. Klingx muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, die Pugner ist verfügbar. Hätte jetzt eventuell hier einen Kill geben, ja. Hätte ich mir eigentlich schon gut vorstellen können. Das hat zwar nur Level 1, 0,6, aber mit dem Mooga hätte es da durchaus einen Kill geben können. Aber gut, ja. Wie gesagt, Schorts gehen nach oben weiter und versuchen jetzt den T1 auf der Top-Lane zu holen. Wir werden ihn holen. Die Frage ist, wie reagiert Zero plus vier da drauf? Klar, Timmerzor ist am Mid-Tower, aber guckt euch die Damage an. Es wird so schnell nicht möglich sein, da schneller zu sein. Blüfe benutzt. Aber eventuell werden God's hier einfach weitermachen. Und mit vielleicht meine ich, ja, scheint wohl nicht der Fall zu sein. Hätten wir durchaus das machen können hier. Wir sehen, hier ist Spidey ist unten. Klar, kann reinhauen, aber halt auch Mensch für's Bild haben sie, glaube ich, gesehen, wie sie und Irode geholt hat. Hat auch ein TP, aber zumindest TPs forsen oder Damage machen können, hätten sie durchaus machen können. Meiner Meinung nach. Ja. Back to Farming. Weiß nicht, vielleicht God's wollen in Item Timing haben, wahrscheinlich vom Klinks, der jetzt demnächst sein Orchid bauen wird, aber noch doch ein bisschen weit weg davon ist, muss man ganz einfach sagen. Unsere Tieren Necrophos zu holen, aber er kriegt drei Hits raus. Dies ist noch lange nicht genug, aber wird jetzt gesmoked. Mal schauen. Wird jetzt hier nämlich fertig sein. Na, hat vielleicht zu lange hier. Das ist draußen, Stun ist draußen, das ist ein toter Klinks. Easy peasy. Schön gemacht von Zero plus vier. Halt auch ein War way too viel zu weit draußen. Sonst halt doch die, die da ist, waren da. Gut, nimmt so Verhängnis, aber ich weiß nicht, was sonst weggekommen wäre. Aber Zero plus vier machen genau das Richtige, sowas zu punishen. Gods haben nun mal ein Five-Man-Lineup und dadurch, dass sie jetzt nicht die Stärken des Lineups ausspielen, sagt Zero, dass sie dafür auf jeden Fall bezahlen müssen. Genau, wird hier angegangen. Die Frage ist, live Draven, hält sie tatsächlich hier drin und holen sich Easy hier mit dem Ah, das reicht nicht ganz, aber ohne Krone auf zwei. Das ist super, das ist super. Vier Kills werden die Gods rausbekommen. Katastrophe hier für Zero plus vier. Hier viel Leute verlieren in dem Attempt Pugner zu holen. Aber nur zu zweit haben wir den Rest nicht gesehen und wurden komplett überrannt. Vier zu null der Trade hier. Das lief nicht so toll. Und ich glaube, das ist der T2 Tower. Wenn sich Gods dazu zu bringen, zu können, zu pushen, aber anscheinend scheint das nicht der Fall zu sein. Irgendwie will dem Beut dann niemand helfen bei der Creepwave und dann sollten jetzt hier, Zero plus vier ist wieder da. Chance vertan, da hätten Gods definitiv den T2 Tower noch rausbringen können. Aber sollte nicht so sein. Pugner kriegt weiter einiges auf die Mütze zum Weg zu seinem Arganems. Dauert aber noch einiges. Wie ich das hier sehe auf dem Kurier ist nur der Urklapp. Er ist ja noch ein bisschen durch den Eintod, der hat zurückgeworfen wurden. Aber was lassen? Ja, lassen locker. Versuchen auf der Bottom Lane was zu tun. Allen voran links, der dann erstmal alleine im Wald verhandelt. Muss uns ein Orket holen. Ist durch den Kill doch relativ weit zurückgekommen. Äh, zurückgeworfen wurden. Tja. Gods verbringen die Zeit im Wald, während Zero plus vier vorwärts pusht. Objective Pace Dota sieht anders aus. Müssen sie halt jetzt auch wieder reagieren und zurück tp'n. Also Zero plus vier schafft es hier mit einem relativ einfachen Vier-Man-Push auf den T1-Tower sich Gods ja zu verhindern. Aber hier keine Chrono. Zehn Sekunden noch und zu spät. Void geht down. Das war nicht so toll. Irgendwie hier die ja jetzt kommt der Void und da können sie eventuell turnen. Und ist draußen aber nichts passiert. Erstmal Klings versucht irgendwas hier noch zu finden. Aber sieht erstmal nicht so aus. Könnte jetzt auf den Ogre oder jetzt vielleicht. der Witch-Doktor kommt da. Okay, dann holen sie jetzt den Timbersaw. Den hätte er hier blocken können. Weiß nicht, warum man das nicht tut. Aber okay, dann holen sie ihn jetzt halt so. Aber er versucht jetzt hier zurückzukommen. Allerdings ist das Chakram zu kurz. Könnte hier tp'n und schafft es tatsächlich hier rauszukommen. Katastrophe. Oh Gott, die hier doch irgendwie nichts machen. Hier hätte der Klings stehen können. Hätte ihn blocken können. Und so einfach wäre der Kill gewesen. Gut, gegen Timbersaw nicht wirklich. Aber es hätte ihm zumindest ein, zwei Sekunden Confusion geschaffen, um da wieder rauszukommen. Und um dem Team möglichen da halt wirklich ranzukommen. Aber auch generell. Die plus vier kam hier auf den Tower zu. Und Gott hat hier irgendwas im Wald gemacht. Nämlich nichts. Haben halt nicht mal den T2 gepusht, den sie hätten dann tun können. Hätten sie, wenn sie jetzt hier runter am Anfang gekommen wären und hätten einfach den T2 gepusht, die Lane. Dann hätten sie durchaus ein T1 für den T2 traden können. Was auch in der aktuellen Spielsituation dient, dass sich jetzt wieder even ist vom Networth und vom XP und doch einiges rausgeholt hat, durch die Kills eben. Die tatsächlich aber eigentlich nur Gods waren. Das Handform danach der Kraft hochgeht. Wahrscheinlich, weil sie halt einfach nichts daraus bekommen haben. Haben keinen T2 gepusht mit einem Pushling Lineup und das bezahlen sie jetzt hier. Denn die Bewegungen von 0 plus 4 sind gerade sehr überzeugend. Und hält 0 plus 4 auf jeden Fall im Spiel gerade. Aber Roshan Time sieht nach Roshan Time aus. Heute hat seinen Life Rack. Außerdem liegt er eine Regen-Rune. Und auch mit Pogna sollte das ganz einfach sein. Mal schauen. 0 plus 4 haben gesmoked. Haben also ungefähr eine Vorstellung davon, was passiert. Auch wenn sie hier nicht so komplett gerade auf Roshan zugehen. Aber andererseits, die R plus 4 sind auch alle missing. Und da sollten Gods hier wissen, was ab ist. Wir haben bedenkt aber, dass eigentlich sie keinerlei AOE haben, können sie tatsächlich hier stehen. Dass dann sowas passiert, haben wir doch ein bisschen Damage hier. Pogna geht am Anfang down. Können hier den Roshan securen mit nur einem Pogna Verlust. Und sie haben immer noch einen Neko gefunden. Ups. Der Time Walk war ein bisschen für einen Hintern. Und den Timbersaur hat kein TV, das ist bitter. Wurde ja auch gescoutet. Und ja. Ups. Sollte hier wahrscheinlich down gehen. Kann hier noch ein bisschen rumjuken. Hat auch einiges an Mana. Allerdings ja, vielleicht. Lucky Time Walk muss hier passieren. Oder so einfach mit der Mass of Madness. Easy peasy. Aber sehr greedy von Gods tatsächlich hier drin zu bleiben und zu sagen, hier, ihr habt keine AOE, ihr habt ein bisschen Specter, die einfach mal nichts macht mit dem Desolate, wenn wir hier alle stehen. Und dann habt ihr einen Chakram. Und vielleicht einen Ignite. Das ist halt genau das passiert. Gods ist auf irgendwie ein Drittel hier zurück down gegangen. Und dann haben sie ja den Witch Doctor heute hier reingesteckt und hat gesagt so, hier, bitte hier außen bleiben. Als sie der drängende Systembasson musste halt ziemlich schnell wieder raus. Hat funktioniert für Gods. Hätte aber auch, ja, weiß ich nicht. Hätte in die Hose gehen können, dachte ich. Aber hat funktioniert. Links ist on the hunt. Guck mal hier, was noch so los ist. Hat sein Orchid fertig? Würde jetzt gerne hier Solo-Kids bekommen. Aber ansonsten denkt er sich halt, okay, dann machen wir eben keine Solo-Kids. Dann nehmen wir mich einfach zu zweit. zeigen sie sich hier und pushen sie hier zurück. Die zwei Push scheinen wohl auf die Topline zu kommen. Oder Witch ist sich nicht sicher, wohin will. Weiteren Wort, ne? Geht im Kreis. Nicht sicher, ob sie da vielleicht nicht irgendwas tun sollten, Gods gerade. Die haben ja Eges, sie haben alles okay. Aber die plus hier denken sich halt auch so, okay, Tower ist halt nun mal das nächste Ziel von Gods. Das ist halt relativ offensichtlich, dass sie hier pushen sollten. Die sind halt hier, aber Gods kommen nicht. Und so, okay. Wenn nicht, dann halt nicht. Könnten ihr Menschen den Timasaur bekommen? Die Frage, wie weit der Timasaur vorgeht hier tatsächlich. Oder die Bench. Okay, finden hier den. Das Problem ist halt nur, dass sie halt schon wussten, dass hier ein paar kommen, aber mit dem Litch ulti geht das dauernden Mecca. Wurde auch gezündet vom Litch jetzt hier und haben wir hinten ein Horn rausbekommen, was richtig groß ist, weil jetzt können sie pushen, ohne dass halt direkt Leute in sieben drin sind. Einzigen halt rein kann, ist der Timasaur. Im Rest können sie halt schön, schön Positioning machen, wie sie wollen. Und ohne Timasaur ist auch prinzipiell der komplette Anti-Busch weg und sie sollten den Tower hier eigentlich ohne Probleme bekommen. Zwei Minuten haben sie noch mit der Aegis. Highground bin ich mir nicht sicher. Andererseits haben sie ihr komplette Line-Up online, außer Litch. Aber ich glaube, naja, Gods bleiben hier. Ob sie jetzt einfach nur hier bleiben, weil sie keinen Plan haben, was sie jetzt tun sollen oder nicht, weiß ich nicht. Aber sie sind hier. Hier wurden erst mit diesem Wort, der gleich ausgelaufen ist. Und dann... Ja, doch ein bisschen wieder aufgeschöpft. Okay. Es ist wohl kein Plan da. Oh, wunderschöne Cast. Das könnte hier tatsächlich ja, es sorgt auf jeden Fall für den Kiff von Timasaur. Und auch noch Osiris ist hier drin und wird von dem Witch of Glory komplett auseinandergenommen. Ah, der Deathward bringt ihn noch um. Und auch Venture Spirit, die ihn da rauszwappen wollte, ist dann natürlich noch daum gegangen. Aber was ein Desaster und da verlieren sie jetzt tatsächlich eine Lane of Wrecks. Deshalb, das ist bitter. Wenn nicht überhaupt mehr Buybacks kommen. 1, 2 von Nekro. 3 von Nekro. Jetzt könnte es so nicht sein. In T3 werden sie wahrscheinlich verlieren. Aber Allgots scheint auch nicht hier zurück gehen wollen. Rickenheit schlägt gut ein. Aber die Rangetracks scheinen sie verlieren. schöner Cast wie auch das Schicksal der Venture Spirit besiegelt. Timelocks Backtracked. Seriously. Timelocks kommen hier erstmal nicht. Die Aegis ist noch vorhanden. Wird jetzt hier gepoppt. Gottes Mana wieder für den Void. Rangetracks sind auch down. Die Melee Racks fallen jetzt auch. Und Gods scheinen erstmal nicht zurückgehen wollen. Und konnten haben auch gezeigt, dass sie hier einfach drinstehen können. Einen weiteren Teamfight ohne Krono machen können. Aber ziehen sich jetzt zurück. und werden das ganze Spiel wahrscheinlich auf der Toplane nochmal wiederholen. Richtig großer Fight. Aber ja. Im Prinzip haben wir Gottes gezeigt, wie doch die Situation eigentlich aussieht. Wir können mal durch die Grafen gucken, die jetzt bei knapp 20.000 Gold und 15k XP vorne sind. Gottes sind richtig weit vorne. Nur haben es halt nicht vorher gezeigt. Haben wir jetzt gedacht, okay, lass uns mal Highground gehen. Mal gucken, was wir können. haben dann gerade bemerkt, was sie können. Nämlich das Spiel gewinnen. Und ja. Meiner Meinung hätten sie das durch besseres Positioning, bessere Bewegungen durchaus vorher schon securen können. Eventuell hätte das Spiel tatsächlich schon seit 4 Minuten vorbei sein können. Was ich mir nicht mag mit Pugner und diesem Vorteil ist sicherlich möglich. Ein Interrupt möglich für Klings. Dementsprechend kommt da der Spectre weg. und einiges und einiges an Damage von Klings, der jetzt mit Desolator First tatsächlich geht. Interessant, aber man bedenkt, dass der Rest das, glaube ich, das Witch Doctor wird ja auch mit Physical Damage halt einfach profitiert davon. Dann ist es doch durchaus eine gute Wahl. Aber erst mal Pause für Gods. Okay, 24 Minuten, 17 zu 5, eine Rags down, 0 plus 4 sind ziemlich weit zu hinten. Haben halt auch der einzige Gameplan bestätigt halt aus dem Spectre zusammen mit dem Necro und die Spectre wird nach 25 Minuten tatsächlich ja erstes Teil vom Radiance haben. Nicht so toll. Ja, ist ziemlich weit hinten. Außerdem auch mit dem quasi braucht den Vitality Booster aber das natürlich hätte sie jetzt die Radiance haben können. 15 Minuten Radiance ist vielleicht aber nicht so schlimm. Jetzt wird das wahrscheinlich nach 28 Minuten Radiance, was doch wesentlich weiter hinten ist. Besonders wenn man einen Mech in Betracht zieht und den Heel von Witch Doctor in Betracht zieht, ist doch dann ein Spectre hier nicht Spectre mit einem Radiance hier nicht so das Schlimmste, was die Gods erwarten. Pause weiter, Pause weiter, auch schon lastet sehen, wie gesagt, Gold ist weiter im Vorteil von Gods. Alles weiter in favor of Gods, die Frage ist, ob sie das Ding hier nach Hause bringen können oder ob 0 plus 4 da noch eine Sache mit zu sagen hat und tatsächlich turnen können. Das Potenzial ist vorhanden, kommt halt tatsächlich einfach nur darauf an, ob sie in die Krono laufen oder nicht und wie weit da sie out of position sind. Wenn die Fehler von Gods kommen, dann hat die 0 plus 4 auf jeden Fall noch eine Chance zurückzukommen. Aber Tower Deffen glaube ich nicht, dass sie das machen kann. Müssen sie High-Grant Deffen, das ist ihre einzige Chance gerade. Die restlichen Auto Towers sind halt gerade weg. Nicht verpassen, hier Smoke von Gods. Aber erstmal noch nichts. dieses Vault ist hier erstmal gesmoked. Nicht zu sehen. Und die Frage ist, Gods wird hier Götfiel is slowpushen und die Frage ist tatsächlich, wird hier 0 plus 4 reinspringen oder können sie warten? Je nachdem, wer als erstes die Geduld verliert. Spectre ist oben, Spectre splitpusht. Hat jetzt halt das Sacred Relic. Ist auf dem Weg zum Radiant, das er bald hat, da müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Aber man muss auf jeden Fall noch warten. Das Tower T3 ist jetzt down. Aber das können halt, Gods können das so weitermachen. Und 0 plus 4 bleibt nicht so viel zur Auswahl als hier die 2 top zu pushen, Spectre Radiance zu warten und dann vielleicht reinzugehen. aber ist hier tatsächlich oben rein. Findet hier die Venture Spirit und tankt das komplette Ulti. Spectre geht jetzt rein. Versucht hier was zu holen. Die Illus sind drin, aber kein Radiance, kein Damage. Radiance jetzt vorhanden. Das hat natürlich auch einiges an Damage für die Rags bedeutet. Oh Gott! Auf 3 hier und das Lich Ulti ist perfekt hier drin. Bounce, 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 Bounce noch weiter. und das Witch Doctor Ulti zerreißt zwei Leute hier. Letzter Schuss. Holt auch noch den Necro down und das ist die zweite Lane of Wrecks und möglicherweise das Spiel hier. Da können jetzt Gods auf jeden Fall entweder zum Drohnen gehen oder die letzte Lane of Wrecks holen, was nicht geht, weil der T2 down ist. Von daher habe ich das Gefühl, dass hier die T4s angegangen werden. Ja, wenn sie gehen, nicht ganz überzeugend. Hier will noch jemand Hütchen haben. Aber danach kann es sehr gut sein, dass hier die T4s werden angegangen und ich glaube nicht. Wir haben zwar einmal noch ohne Necrophos noch was drin. Ein Fight gibt es noch, aber ich glaube, das wird schwierig zu sein. Ja, Schackram. Nur Flitsch. Alles drin. Jetzt wird der Thron angegangen. Jetzt sind alle wieder da. Ein letzter Fight ist jetzt noch möglich. Sound of Clings wird ein bisschen geburstet, aber reicht noch nicht ganz. Necrophos mittendrin. Kriegen jetzt erst tatsächlich einen Witchlock da raus. Lifetrain ist draußen, kann aber rausgehen hier. Nächster Nether Blast und der Nether Ward holt ihn schon. Minfus Spirit poppt jetzt auch einfach vom Faceless Void, der jetzt dann doch down geht. Spectre ist mittendrin mit dem Radiance. Bringt jetzt noch den Lichdown. Spidey gegen Pugner als einzig, was jetzt gerade noch ist. Clings mit einem BKB versucht abzuhauen. 30 HP. Wird vom Radiance vielleicht fallen, aber kann noch gerade sein Ulti anwenden. Geht aber hier down von dem Chakron. Spidey hat das Problem, dass er von... Oh, und der letzte Hit. 30 HP überlebt das Ganze auch noch. Pugner wird wahrscheinlich hier noch fallen. Ja, Ultra Kill für Zero und freier Thron, aber Zero plus 4 sind noch im Spiel und ja, Gods fangen schon an hier ein bisschen zu taunten. Flyback von Clings, ja gut, aber er hat das Geld. Gods haben den Vorteil, haben jetzt halt so ein bisschen, wollten unbedingt weg zu sein, wollten unbedingt das Ding durchziehen, aber sind nicht ganz fertig geworden. Aber es ist ihnen wahrscheinlich auch relativ egal. Die Graphen gingen ein bisschen hoch, aber pfff, relevant ist das nicht wirklich. Klar, Spectre kommt jetzt online. Spectre hat bald hier sogar ihr Harte durchbekommen und Blattsdorn ist jetzt online für Timbersaw. Das ist schon einiges, aber ich glaube ein, zwei jedenfalls müssen Gods noch Thron, bevor hier eine ernsthafte Chance für Zero plus vier besteht. Aber ich will es auch nicht komplett ausschließen. Und das war doch überzeugend und hat gezeigt, dass Zero plus vier so langsam rein können. Ein einziges Mock, nicht unter der Wort. Aber mal schauen, Clings stalkt hier so ein bisschen Inspector. Könnt ihr eventuell verhindern, dass er rein Haunted tatsächlich, was Westcase-Szenario wäre. Besonders jetzt den Orchids machen, aber nicht rechtzeitig aber sagen, oh Gott, mit dieser Chrono wird das Spiel wahrscheinlich zu Ende sein. Ach du Scheiße. Wunderschöne Chrono und instant drei Leute tot. Muss ich hier auch die Nahen nach dem Orchids. Ja, nein, es ist Respektor, der nicht weiter tun kann, als man im Hard noch weiter verfahren. Hat noch sein Haunt. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Haunt hier rein fünf Leute umbringt. Hier drin, Buybacks kommen halt alle raus. Und der Glyph ist auch noch da. Und dann schauen wir mal. Müssen wir jetzt hier auf jeden Fall haunten, weil den Sven-Szenar einfach hier auf den einfach auf den Thron fokussen. Aber auch selbst wenn, ja, hier. Vector ist jetzt wahrscheinlich down. Geht down. Buyback nicht vorhanden. Damit GG für 0 plus 4. Jetzt hier nochmal kurz im Thron gefarmt werden. Und den Engine in, ja. Wenn sie mit dem Farben vom Thron fertig sind. Oh man. Ja, jetzt umbringen. Schön gespielt, schön durchgezogen. Aber es hätte schon öfters vorkommen können. Aber schöner Turnaround am Ende nochmal. Hat für ein bisschen Spaß gesorgt. Aber egal, das war das erste Spiel. Best of two. Von daher sehen wir uns jetzt im zweiten Spiel weiter, was wahrscheinlich direkt jetzt losgehen wird. Stay tuned.